Ich habe gerade den Kameramann drauf gehabt. Sag mal Johann, musst du eigentlich schon mal Menschen töten? Eines sage ich dir für den Führer, ne? Töte ich jeden, Ami. Beim letzten Einsatz habe ich sechs Stück von ihnen abgeknallt. Sechs Stück? Was ist denn das für Werkstellig? Wir sind ja grüßig. Wie hast du das für Werkstellig? Action? Action! Ja, Action! Der blaue Schmied voreinander mit deutschem Arme machen. Hand in Hand in der Hände. Ein Rückzug? Verdammt nochmal! Wir haben jetzt hier nicht die Stellung bezogen, damit ich mir einen runterhole! Wo sind wir hier? An der Ostfront oder was? Ein Rückzug! Ein Rückzug! Ein Rückzug! Verdammt nochmal! Wir haben hier die Stellung bezogen, um dem Feind hier dieses Gebiet kampflos zu hinterlassen! Ach wie schön! Überlassen! Ach wie schön! Überlassen! Rückzug steht hier! Rückzug! Und dann kommt dieser Effekt, dass ich plötzlich ein Bild bin! Was ist mein Helm? Warum legt ihr meine Hände da weg? Das war dein Helm! Rückzug! Rückzug steht hier! Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Wir haben dem Feind jetzt dieses Gebiet nicht kampflos verlassen, damit wir uns jetzt zurückziehen! Was gibt's da zu lachen? Du reißen sich doch mal an! Liebe Menschen, Kinder! Das war ein total sinnloser Satz gerade! Der war richtig sinnlos! Rückzug! Rückzug steht hier! Verdammt nochmal! Wir haben dem Feind... Wie ist die Stellung? Wie ist die Stellung? Rückzug! Rückzug steht hier! Verdammt nochmal! Wir haben dem Feind jetzt dieses Gebiet nicht kampflos verlassen, damit wir uns jetzt zurückziehen! Das gibt's ja zu lachen! Aha! Oh Gott! Ne, das müssen wir nochmal machen! Komm, Johan! Lass uns zurückziehen! Wir sind doch bloß zu zweit! Bist du bescheuert? Bessere Schussposition, die ich jetzt gar nicht bekomme! Aha! Ja, ich hab euch! Schmerzen. Geh! Verstehen! Schmerzen, du bist tot und ich muss... ...revenzieren. Nein, ich meine nicht nur... ...ein Bruder! Deutsche und Amerikaner, seit an seit. So, ob man sich das immer gewünscht? Ah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh, er sieht sechster knirscht aus gerade da! Oh, ich bin nicht gay! Oh, ich bin nicht gay! Oh, ich bin nicht gay! Ich bin nicht gay! Hey, geh raus! Was für dich! Was für's! Wacht du's? Wacht du's hier wach? Wachst du raus? Wachst du doch nicht! Was für einstrengend du, ich will's dir nicht machen! So, eh... Hier gehen wir hoch, lass uns mal das Haus angucken hier, sag mal angucken. Das hat so ein Bibli-Sprache an, ne? Komm, hier geht's mal das Haus angucken, gooo! Ich geh jetzt da hoch, gib mir Deckung! Da oben, Libelle! Das war mal richtig. So, dann sag ich mal schnell was machen. Nimmst du auf? Ja. Wir haben die Orientierung total verloren hier. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier sind. Und ich hab der SMS gekriegt. Halt, wer da? Oh, verflucht! Halt, stehen bleiben! Oder schießt ihr in den verdammten Kopf weg! Wie ist der Name, Soldat? Müller! Achso, ich muss jetzt mal was sagen, ne? Ja. Ist gut. Machst du ein bisschen weiter auf? Ja. Okay. Meine Herren! Du stehst auf meinem Platz. Nein, du standst da. Ich steh hier. Aber ich hab... Ich bin nicht so weit gelaufen. Das Problem ist nochmal. Ich hab... Ich hab... Ich hab gemacht... Beine. Ich hab... 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 Wasamba gemacht! Amit? Ham uns so viel mit dieser Schwestern gesprochen,口 ist Munitionslager in die Luft gehabt! Schmidt und Müller... Sie gehen nach oben... ...und halten sich gefechtsbereit! Ich bin rechtsbereit. Das ist doch nicht schlimm. Oh, du musst doch mal grinken. So, Konzentration. Alle bereit? Die Anders haben die Linie durchbrochen. Schmidt und Müller, sie gehen in den Ohrenstock und verschanzen sich dort. Bitte behalten sie den... Fuck ey. Das geht ja gar nicht. Pass der Technik! Pass der Technik! So schnell! Hier sieht man zwei gestürzte Wehrmachtsoldaten. Das ist der Wahnsinnig. So, könnt ihr euch mal konzentrieren? Der muss jetzt mal hochlegen. Ach so, ja. Okay. Ähm... Hast du noch? Das sieht man schon, wenn man atmet. Okay. Wie fühlt sich haltet? Man macht ja schon. Kann man schon mal kämpfen. So kalt ist das schon. Wie fühlt sich haltet? Nun packt man an! Und dann holt ihr Edith und Fritz, nehme ich dir nochmal. Horst und Fritz. Horst und Fritz. Und dann holt ihr Horst und Fritz. Und dann holt ihr Horst und Edith. Und dann begrafen wir nochmal nach. Ich muss runter den Eingang verwachen. Oh Gott, ja! Oh Gott, ja! Na gut, dann kannst du mal die Tappe runtergehen. Habt ihr sowas bis hier gemacht oder hast du noch zu Hause? Hallo! Kannst du mich sehen? Ah, cool. So, können wir mal anfangen? Läuft schon. Hey, was geht los? Das noch eh? Boah! Du schweißt verdammt, das ist wie jung! Du schweißt! Du schweißt! Du schweißt! Du schweißt! Hey Mann! Was ist los? Du schweißt verdammt, das ist wie jung! Ja! Das ist doch mal traurig! Ja, aber ich hab ja keinen Text mehr. Normalerweise hättest du dich schon auf die Kälte laufen müssen. Guck mal! So, dann... Noch da? Ach ja! Jetzt liegst ich dich auf die Kamera! Natürlich! Ich hab ja vessels! Also, ich hab ja nicht zu dir! Ich hab ja nicht zu dir! Ach ja, versuch. forces conference zu dir! Ich hab ja auch hier... Ich hab ja auch hier einen Daumen hochwertig! Vielen Dank.